Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 2. Juli Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nimmer verlöschen. 3. Mose 6, Vers 5 Tag und Nacht sah man in Jerusalem den Rauch des Opfers aufsteigen. Am Abend wurde ein Lamm geschlachtet und auf den Altar gelegt. Und am Morgen schürten die Priester das Feuer neu und opferten ein anderes Lamm. Am Tag sahen die Bürger Jerusalems den Opferrauch und in der Nacht den Feuerschein des Altars. Jerusalem lebte unter der Wirkung des Opfers. Zwischen ihm und dem Heiligen Gott war beständig das versöhnende Opfer. Das ist ein schönes Vorbild auf die glaubende Gemeinde der Christen. In dieser Gemeinde weiß man, dass wir befleckten Sündern nicht einfach dem Heiligen Gott begegnen können. Wir brauchen das versöhnende Opfer, das zwischen ihm und uns steht. Oder besser, das ihn und uns verbindet. Und in dieser glaubenden Gemeinde weiß man, dass jener Altar in Jerusalem von Gott selbst ersetzt wurde, durch den Altar von Golgatha, das Kreuz. Auf diesem Altar wurde Jesus geopfert, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und wie Jerusalem immer und immer unter dem Opferrauch und Feuerschein des Altars lebte, so lebt die glaubende Gemeinde im Schatten des Kreuzes. Der Dichter Paul Gerhardt hat so schön von dem Leben unter der Wirkung des Kreuzes gesungen. Das soll und will ich mir zunutz, zu allen Zeiten machen. Im Streit soll es sein, mein Schutz, in Traurigkeit mein Lachen. In Fröhlichkeit mein Seitenspiel und wenn mir nichts mehr schmecken will, soll mich dies Mann abspeisen. Im Durst soll es sein, mein Wasserquell, in Einsamkeit mein Sprachgesell. Herr, woanders könnten wir leben, als unter dem Schatten deines erlösenden, versöhnenden Kreuzes. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.